Und welcome back! Welcome back! Das ist wie ein Actionfilm. Ähm ... Ist ja auch wie ein Actionfilm hier. Auction! Gott. Ich schau noch mal kurz in mein Inventar rein. Wir haben jetzt ... Ja, mein Inventar ist komplett leer. Also, ich kann so viel Zeug nehmen. Ach so. Was hab ich denn? Sehr gut. Ich hab wieder Inventar. Ja. Okay. Waffe repariert? Ja. Sehr gut. Weil wir wollen jetzt tatsächlich ... Wir haben uns kurz besprochen. Ja, sowas machen wir auch ab und zu. Ähm ... Uns ist aufgefallen, dass jetzt die Elixierbrunnen hier abgehakt sind. Aber ... Hier, da wo der Schnellreisepunkt hochweiten Warte ... Der nicht. Jetzt wollen wir schauen, ob wir da irgendwie ein Häkchen bekommen. Weil es wäre schön, wenn ein paar Sachen abgehakt sind. Und da reisen wir jetzt einfach mal hin. Oh ... Vielleicht findet man noch irgendeine Warte oder sowas. Und ... äh ... Irgendwann mal auf den Weg und ... So. Aber wo ist dieser Elixier-Dings? Jetzt warte mal, ich muss ... Der muss ja hier irgendwo drüben sein. Hier drüben. Also, ich hab mir markiert, der muss hier irgendwo sein. Wegpunkt setzen. Stimmt. Komm, Flughörnchen-Strumpf. Wie war das? Leertaste. Höh! Yeah! Es ist nicht schön, ein Flughörnchen zu sein. Ich mach mal kurz einen Zwischenstopp, weil das muss irgendwo unten sein. Aber ich versuch mal, hier auf dem Plateau zu landen. Bevor ich ins Ungewisse stürze. Aber es muss irgendwo hier unten sein, ne? Direkt ins Miasma. Unter uns. Okay, dann holen wir erst mal rüber zu dieser Insel. Aber da werden wahrscheinlich Gegner sein, oder? Meinst du hier rüber, wo die Häuschen sind? Ja. Ja, ja. Aber da werden Gegner sein, hab ich gedacht. Vielleicht, oder? An die Kante. Okay. Oben. Welche? Ach so. Ich folge Bielern. An die Kante. Dann links, rechts, links, rechts. Ja, welche Kante meinst du? An die Kante. So. Und da unten, da irgendwo 103 Meter. Das ist nicht weit weg. Das ist ja nicht das Grote im Jasma. Nee, nee. Das ist... Nee, das sieht so bläulich hier aus. Yeah. Ich bin ein Flughörnchen. Da war der Elixierbrunnen. Ich hab ihn grad gesehen. Ja. Okay, hier. Wahrscheinlich ist es wieder unten, weißt du? Oh! Alter! Hey, sag mal! Hast du nicht genug gefrühstückt, oder was? Oh, hinter dir. Au! Ah! Ich bin auch so blöd. Es ist... Es ist... Es ist, äh... Es ist... Eine anstrengende Woche gewesen und Bidat hat, glaub ich, keine Gehirnkapazität mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute, ey. Sorry, aber ich glaub, ich hab keine Worte mehr übrig und ich hab auch keine... Da oben ist schon wieder irgend so einer. Meine Reaktionen sind, äh, glaub ich, auch im Slow-Mo. Die Frage ist, ist das jetzt oben oder ist das unten? Was ist das hier? Kann man da draufhauen? Dann passiert wieder was. Ich baue da vielleicht mal... Ich hau da mal lieber nicht drauf. Ich hab mich schon mal getötet, weil ich hab's was draufgehauen. Aber ich bin neugierig. Soll ich doch mal draufhauen? Ich hau da. Es ist natürlich explodiert. Aber jetzt wissen wir's. Dein Erfahrungswert ist meine Weisheit. Ähm... Kann man jetzt hier runter? Da nicht drauf. Ähm... Ja. Das weiß ich noch. 37... Wo hast du den jetzt her? Der stand da. Ja. Warte mal. Hier hoch, oder? Das letzte Mal musste man auch hoch. Und dann runter. Guck. Hier war wieder so ein Reset-Point. Genau. Und jetzt müssen wir da runter. Da runter. Hier, Kletterli, Kletterli. Ich kletter brav runter. Der Strom ist einfach runter gesprungen. Ähm... So. Wir wollen ein paar Häkchen. Wir wollen mal irgendein Erfolgserlebnis haben in diesem Spiel. Das düster Dickicht erreichen. Oh, da war es zum Blöden. Da hinten, siehste, da ist die Wurtschel. Die Wurtschel? Ja, das rote Gedöns. Und das ist bestimmt wieder so ein Typ. Wir machen wieder... Komm, wir machen wieder Kiten. Du machst Fernkampf? Genau, und du? Ich bin wieder der... Achso, warte mal. Achso, warte mal. Das ist meiner. Wenn du die perfekt blockst, dann sind die echt... Oh, warte so, warte so. Hm. Uh. Sehr gut. Ach, da hinten das, da müssen wir... Okay, 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 okay. Oh, das rote ist mir erstmal, oder? Nee, das ist der... Die Böbel... Also... Dann müssen wir da irgendwie doch... Die Böbelpflanze. Da, ja. Hier. Oh, da sind auch... Aber das sind auch so... Idioten. Also, okay, gut. Gut, ich bin schon mal drin. Ich mach erst mal den da. Ich unterstütze. Warte mal, jetzt war ich irritiert. Weil da könnte auch wieder so ein großer irgendwo sein, ne? Könnte, ja. Hau ab! Gehst du? Jetzt sag mal! Irgendwas hat mich doch jetzt hier erwischt, oder? Wow! Ich sehe so schlecht. Down, gut. Warte. Da kommen welche. Da kommen kleine Krabbelviecher. Oh, sag mal! Ja, oh, sag mal. Ja, oh, sag mal. Dann schießt doch irgendwas auf mich hier, oder? Mal kurz. Mal da drauf. Auf das Ding. Boah, diese Käfer sind ätzend! Da schießt! Da schießt irgendwas auf mich. Irgendwas schießt doch. Ja, ich hab's! Ja! Sehr gut! Brutlingsbeine konnte ich... Ach, pass auf, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Da! Boah, wer schießt denn da immer? Ja! Der Penner! Der ist es! Ei, komm her! Alter, da schießt noch einer! Oh, Gott, ich muss... Ich hab schon Luft angehalten! Nein, 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 nein! Hast du einen Gesundheitsdrank dabei? Nee, den hab ich vergessen, natürlich! Ja, aber... Oh, jetzt bin ich da reingelaufen! Oh, nee! Neee! Ich bin so ne Bombe reingelaufen! Ich hab ne Schlau... Oh, da hinten! Ich könnte kotzen, echt! Oh, shit! Alles hab ich gedacht, aber den Trank nicht! Boah, da waren aber einige, du! Holy moly! Oh, da ist noch einer! Oh, shit! Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Ich muss mal ganz... Oh, fuuh! Ja, geh weg! Geh, 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 weg, geh, weg! Komm, Beats! Krieg mal kurz... Muss mal ganz kurz Land gewinnen! Oh, das sind aber viele! Äh, eben! Immer noch hinter dir! Dreie! Alter, Alter! Wir sehen nun gerade eine Verfolgungsjagd zwischen uns drei Gegnern! In der Zwischenzeit, weil ich keine Heilgetränke mitgenommen habe, fühle ich mich sehr gut, ich würde gerne schlagen, kann aber nicht! Ich muss mal ganz kurz die irgendwie einzeln, aber ich krieg meine... Aua! Noch einer! Oh, jetzt ist noch ein Viecher! Oh, nein! Der kommt von hinten! Oh, nein! Oh, nein! Ja! Ich hab vergessen, meine Axt aufzunehmen! Übrigens, der Frühling kommt oft an! Ähm, das heißt, es wird jetzt endlich mal wärmer! Wir hatten in der Kälteperiode jetzt nicht so dolle! Oh Gott, Leute! Und blockst du! Schupf bald! Eine weniger! Zwei weniger! Wo ist noch einer? Es waren drei, glaube ich, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Da! Oh, guck mal! Die reagieren schon gar nicht mehr! Ich glaube, die haben keinen Bock mehr! Ja! Auch gut! Ich komme! Denken sie auch da an! Der Depp ist tot! Der andere rennt weg! Ich hab keinen Bock mehr! Das ist einfach super Taktik gewesen! Ich hab die so verwirrt! Ich glaub's auch, ja! So, ich hab auf jeden Fall was gegessen! So, ist hier noch irgendwas? Irgendwie so einen megatollen Loot! Ah, das wär gut! Da, schau mal rein! Wo bist du denn? Okay, wieder ein Hirte-Dingsbums des Donners! Ein Hirte! Und ein Bogen! Und ein Bogen für dich! Ich weiß gar nicht, wo du bist! Ach, da hinten ist es! Guck, guck! Oh! Oh nein! Was machst du denn? Wie bist du denn da hochgekommen? Da, genau! Da hoch! Da, wo du jetzt bist, da bin ich hoch! Mit Anlaufen! Ah! Sie sagt A fällt runter! Ein Bogen ist noch drin! So, jetzt haben wir Dette hier! Was bringt uns das? Ein Häkchen auf der Map! Ja, das ist schön! Naja, aber wir haben ein bisschen das Gebiet auch, glaube ich, gereinigt, oder? Ja! Ja, ich kann sein! Ja, da hinten ist Lava! So, was haben wir hier? Weil hier sind wir jetzt, haben wir gar keinen Jasper mehr, ne? Ja! Was ist denn das hier? Achso! Oh, das wär so ein Stinky-Pilz! Ein bisschen Loot mitnehmen! Ein bisschen Loot ist gut! Da, 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 da! Ein bisschen Loot ist gut! Da, 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 da! Denn nur der Loot ist gut! Da, 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 da! Ah, ist hier irgendwas? Nö! Holz? Aber hier kommen wir wieder hoch! Ah, hier ging's wieder hoch! Da ging's wieder hoch! Ist da hinten noch was vielleicht? Ich guck noch mal ganz kurz! Kann man da bisschen was zerdeppern? Nein! Ich wollte nicht noch mal so eine Beere essen! Aber schadet nicht, aber... Das ist ein Wagen! Ah, okay! Das sind jede Menge Käfer! Den will ich jetzt eigentlich nicht an! Aber warum sind da so viele Käfer? Ist da noch was da hinten? Ich bin schon wieder raus! Das sind noch viele Käfer! Ich bin schon wieder raus! Gott, die Musik wird so düster! So bedrohlich! Das ist der düste Sound! Ja, wirklich! Das ist Stabil! Und der Strom! Vieh Blues! Wo bist denn du? Ja! Ah, hier! Grüß dich! So! Map! Wir haben ein Häkchen! Das freut mich am meisten gerade hoch! Dann die Ernte! Erntegehöft links! Das haben wir schon, oder? Ja! Ja! Also irgendwie... Ja! Genau! Also ich habe da noch was mit Brückenbaubericht auf der rechten Seite von der Warte! Also da wo wir sind meinst du? So ist das ein Fragezeichen? Nee! Auf der... Also von der Warte aus gesehen rechts habe ich noch ein... Also ein Fragezeichen mit Brückenbaubericht! Markier mal, ich habe keine Ahnung! Ja, okay, gut! Habe ich... Folgendes mir unauffällig! Das kann was werden! So! Hallo! Warte mal, ich muss jetzt kurz mal hier gucken, was hier ist! Ach, hier kann man das da zurücksetzen, aber sonst nüscht's! Richtig! Hm! Toll! Oh! Was war das jetzt? Warum ist das das... Da schießt der mal nach uns! Ach, hier unten sind nochmal Gegner! Aber ich glaube, du bist in so einen Pilz wieder reingelaufen! Das halte ich für ein Gerücht! Hm! Halt die Funke! Der Schlag zu, kommt! Oh, da ist von hinten einer! Alter, wir schießen schon wieder! Da war von hinten dir... hinter dir noch einer! Aber ich habe ihn eliminiert! So, gelootet habe ich auch... Warum kann ich jetzt hier nicht looten? Ich werde um einen Loot beraubt! Frechheit! Schrumpf! Äh... Wir müssen in eine andere Richtung! Verlorener Loot ist nicht gut! Verlorener Loot ist nicht gut! Verlorener Loot ist nicht gut! Wir kommen dann hier wieder raus aus dem Gedödel hier! Ja, da oben ist Sonne! Also irgendwie da vielleicht hoch? Da oben ist Sonne! Blauer Himmel und Sonne und Sonnenuntergang und... Weiß ich nicht! Wir müssten aber fast hier irgendwo hoch! Naja... Ich weiß... Ich habe keine Ahnung! Oh, schon wieder Gegner! Wieder sein Schießemann! Ein Schießemann! Ah, die blöden Käfer! Yay! Stufenaufstieg! Level 7! Jippie! Fähigkeitsfunk! Danke! Stoff jetzt! Juhu! Ja, sieht gut aus! Es geht auf jeden Fall hoch, ne? Ja! Hier sind wir draußen! Perfektamente! Aber was ist denn das hier? Oh Gott! Ist das aber nicht das von Mutti vom letzten Mal, oder? Nee, das ist aber auch... Da sind auch Gegner drinnen! Jaja, da habe ich schon einen! Wir müssen wieder unsere Taktik! Einer und der andere von hinten! Da ist eine Truhe! Ja! Und ich schau mal rein! Ui! Oh, das könnte was für dich sein! Du brauchst ja auch eine Nahkampfwaffe! Geh mal hin! 21! Ah, die mag ich nicht! Die kannst du nehmen! Ja gut, dann habe ich es heute! Aber da ist was zum Lesen! Ich weiß aber nicht, ob wir es schon gelesen haben! Aber das gelachtet noch so rot! Wo? Hier, wo ich stehe! Nee, das haben wir noch nicht gelesen! Sicher! Ja, weil das ist bei mir aufgebubbt! Ein kalter Empfang! Wir sind in Rotfels angekommen! Endlich raus aus den verhüllten Ländern! Die Reise über die Berge war beschwerlich! Ich hatte auf ein Feldlazarett gehofft, aber es gibt hier fast nichts! Ich muss die Dinge selbst in die Hand nehmen, wie ich es an der Front schon getan habe! Ich werde mein Lager in Hintertan aufschlagen! Gut! Ich sehe nichts! Ich brauche eine Fackel! Schau mal, da hinten ist was! Vielleicht ist da auch ein Bett! Nö, natürlich nicht! Doch, hier ist ein Bett! Können wir da zusammen drin schlafen? Nee, ne? Warte mal, ich schaue mal, ob vielleicht noch irgendwo ein Bett ist! Aber wenn ich ja schon schlafe, geht der schon mal 30% schneller! Das stimmt! Dann leg dich schon mal hin! Ja, ich brauche meinen Schönheitsschlafstrom! Richtig, mach das! Du brauchst den nicht! Und wer ein Biener schläft, singe ich! Oh, nee! Oh, nee! Ja, der ist inzwischen schon da ausm... Oh, hinter uns! Oh! Wo ist denn der her? Der ist jetzt aber flitzi flutzi da hoch, ne? Flitzi? Flitzi flutzi! Flitzi flutzi! Da ist noch einer! Oh, da ist noch einer! Ja, sie ist gerade! Und noch einer schießt! Und irgendeiner schießt, ja! Also irgendwie sind die Pfeile aber auch nicht das geilste auf Gottes Erdboden hier! Nein, was ist jetzt? Ich bin in die Falle reingefallen! Nein, ich bin... Jetzt kommt da noch ein Dritter an! Ich... I do my best! Back! Weg! Weg! Gut! Sehr schön! Metallschrott! Da in die Falle bin ich rein, aber ich die Dinger nicht kaputt mache! Sind wir denn jetzt schon wieder? Hm! Sind wir da rein? Ja, ich bin drin! Da ist ein Bett! Hier hätte ich schlafen können! Ja, schön! Kannst jetzt schlafen! So! Nee, da oben ist nichts! Okay! Da geht's noch in den Keller runter! Ach, da war nicht in dem Keller ein Amboss? Amboss! Amboss! Da ja! Kann ich mal wieder reparieren! Ah! 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 Pupiti Pupiti, ey! Toll! Müssen wir mal kurz reparieren! Also! Unglaublich, oder? Unfassbar! Ist ne Kiste? Explosive Schwab... Ich nehm mal mit! Nehm mal! Diese explosiven Dinger, weißt du? Weißt du, weißt du, weißt du? Take it all! Ja, weiß ich! Sie sind gut! Und gräben, um eins zu machen! Nee, das ist lustig! Genau! Aber jetzt warte mal! Wir müssen hier runter! Also jetzt! Ja, genau! Ich muss ja dir folgen! Warte mal! Nee, wir müssen irgendwie da hoch! Aber wir müssen erstmal hier raus! Aus dem Shit hier! Oh, das sind Gegner! Hinter uns auch! Hinter dir! Hinter dir! Wie viele sind das hier? Noch einer habe ich irgendwo schreien gehört, oder? Ich... Ich... Weiß nicht! Ich... Ich weiß es nicht! Naja, let's go hier raus! Na komm, die letzten, die ich jetzt auch noch haben! Wo ist er denn? Was liegt denn hier am Tisch? Lesen! Haben wir das schon? Na, bei mir ist wieder was aufgeböbbt! Das Elixier, eine Flut des Elends! Ich begreife die Formel nicht ganz! Sie ist raffiniert jenseits aller Vorstellungskraft! Es überrascht mich nicht, dass der Ursprung dieses Rezepts nicht von dieser Welt ist! Hergestellt aus dem Fleisch, dieser winzigen, zarten Pilze, die tief unter der Erde wachsen! Es verleiht Macht! Doch nur ein kurzer Blick auf dieses Fläschchen erfüllt mein Herz mit Sorge! Dies wird niemals ein Heilmittel sein! Es wird immer eine Waffe sein! Vielleicht wollten die Erbauer es aus einem bestimmten Grund verstecken! Okay! Das war Balthasar übrigens! Verstecken! Das haben wir schon gehört! Der Balthasar! Ach, da ist so ein Wolfhund! Ja, okay, aber der braucht nicht einen Schlag! Ja, naja! Vielleicht auch ein paar mehr! Also, mir einen, wenn du schon dreimal geschlagen hast! Ähm, oh gosh, wieder ein Jasma! Also, ich folge dir, ne? Wie gut, dass ich... Warte mal! Wir müssen irgendwie da hoch! Eigentlich müssen wir ganz hoch! Können wir noch mal zu der Warte uns teleportieren? Das wäre einfacher! Das sagt sie! Ja! Welche waren das da oben? Die beiden Warte? Genau! Das sagt sie, nachdem wir hier gefühlt 38 Stunden schon 500 Trillionen Gegner gemacht haben, weißt? Ja, so ein bisschen zur Übung, weißt du? Jetzt müssen wir da rüber! Auf die Brücke da, oder was? Ich weiß nicht, ich flieg dahin, wo die Nummer kleiner wird! Ich flieg dahin, wo die Nummer kleiner wird! Ist wie bei der Telefonnummern! Man fängt mit 10 Ziffern an! Und je mehr man tippt, desto weniger bleiben übrig! Ja, hier muss das irgendwo sein! Huch! 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 Ja, jetzt bin ich ein bisschen zu... Also, abgesch... Soll ich da auch runter, oder? Ja, das ist schon hier! Ja! Ja, das ist ein brauer Erzader mit Spitzab und Erzverhalten! Kleine Feuersteine! Ich hab ne Spitzab und Erzverhalten! Ja, aber ich krieg Stein! Ein Feuerstein! Aber kein Erz, ne? Diese Feuersteine wär's auch nicht, ja! Guckt das jemand? Ich glaub, das ist nicht so... Ich glaub, da braucht man ne bessere Waffe! So, warte mal, jetzt sind wir doch hier! Und jetzt? Kleine Feuersteinmine! Ach, wunderbar! Das war das... Na, also... Wie, was? Das war das, was wir gesucht haben! Das... Das Fragezeichen war die Feuersteinmine! Ach so! Die wir jetzt freigeschalten haben! Weil... Jetzt ist die frei und ich seh kein Fragezeichen mehr! Dann geh mal weiter zum ewigen Zauber! Wir gehen durch, unterwegs kommt ein bisschen was! Schau mal, ob man zum ewigen Zauber kommt! Der kommt rechts rüben! Weißt, was ich mach? Ja! Warte, ich markier den mal auf... Für mich dann schon mal Wegpunkt festsetzen! Also ihr seht schon, wir sind sehr, sehr auf Action... Äh, ähm... Ja, fällt schon, das Wort nicht ein! Ja, wir wollen euch einfach mehr Action! Ruhe, Wolf! Wir wollen euch einfach ein bisschen mehr Action! Action! Ich liebe das... Das haben wir letztes Mal auf unserer Teletext-Seite nämlich gesehen, dass ihr euch das wünscht! Auf unserer Teletext-Seite? Oh! Strumpf! 1900 vorm Krieg, oder was? Ey, aber Teletext war doch geil früher, oder? Äh, ja! Mit diesen... Ich komm da nie rüber! Ich bin einfach... Ich komm da nie rüber! Niemals! Das ist auch knapp! Schön! Jetzt bin ich da unten! Ich auch, Strumpf! Ach, komm! Da ist noch richtig über Teletext, schon läuft alles wie damals... Alles läuft schief! Oh! Strumpf! Strumpf, bist du jetzt da runtergerutscht? Hast du das geslidet oder hat's bei mir nur so ausgesehen? Ja! Ja, ich bin runtergerutscht, weil ich war dann oben und dann dachte ich mir, ich will nicht weiter, weil was will ich denn da oben? Wär noch schöner! Jetzt bin ich aber hier! Oh, ich bin oben! Nein! Geh weiter! Geh weiter! Ich bin oben! Ich komm hoch! Oh Gott! Das ist echt wahr! Oh Gott, Sven, aber da können wir rüberfliegen, ne? Ja, das hab ich mir auch vorher gedacht und dann ging's nicht. Du bist schon wieder so stark, hat er ja grad schon gesehen. Alter, Finne. Leben am Limitstrumpf. Oh, warte, warte, irgendwo ist ein Gegner. Musik ist komisch. Hier ist keine. Hier ist niemand. Hier ist keine. In deine Beine, da ist keine. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin, Strümpfchen? 860, da rüber jetzt wieder. Oh Gott, da müssen wir da wieder rüber. Jumpen wir da rüber. Ja, das sagst du, warte, ich bin mal ein Mensch. Oh Gott, das wird wieder so kackeneng. Das wird so kackeneng und ich fall runter. Und ich bin im Roten, Jasmo, und ich bin tot. Nein, Strumpf, ernsthaft. Ich schaff das nicht, weil ich nicht so hochkomme mit dem ersten Sprung. Ich hab's nicht ausprobieren. Ja gut, wiederkehren, das heißt, ich hab jetzt alles verloren oder einiges verloren. Weil ich kann das Zeug nicht holen. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt hier. Was hab ich im Inventar? Boah, ich hab vieles verloren. Ich muss unbedingt, ich glaub, ich muss auch diesen Doppel. Ach, Strumpf, wir sind auch voll dumm. Entschuldigung, aber wir haben da hinten eine Warte, Niederauen-Warte. Wir hätten einfach da... Ich muss schnell weg. Ich wird angegriffen von Killer-Bienen. Man kennt's. Wir hätten auch einfach zu der Warte... Ja, ja, das seh ich jetzt auch gerade. Oh, ärgerlich, das ist ein Kack-Sprung. Ich bin da echt... Du bist nicht so sprungaffin. Aber ich kann nicht wegreißen. Ich hab nur den einen Sprung. Ich... Du, ich spring da jetzt auch nicht so wild, also... Ja, aber ich glaub, so ein bisschen Doppel ist schon nicht schlecht. Aber da kommst du ja nicht höher, oder? Ja, doch, ein bisschen schon, ja, klar. Okay, da ist schon wieder rotes Miasma. Naja, dann hol dir den doch. Hast doch jetzt einen Fähigkeitspunkt freigeschalten. Dann hol dir den doch. Äh, jetzt, warte mal. Kommen wir, der war auf die... Und dann sehen wir ja, ob der Strumpf dann... Oh, nein! 120, ein rotes Miasma, oh Gott. Naja, da geh... Da holst du nix mehr, Strumpf. Wo bist du denn? Ja, ich bin noch 113 Meter von diesem Punkt weg. Hä? Hä, ich bin da erst zu der Warte. Könntest du mal warten? Ja, warten heißt doch nicht warten. Ich bin erst zu der Warte hin gedingsterbumstert. Gedingsterbumstert. Ja, ich seh dich grad fliegen. Ist das rot? Wie eine Fliege... Ja, das hab ich mir auch gedacht. Und es ist rot, ja. Hä, wieso bist du so hoch? Weil ich von der Warte oben runtergesprungen bin? Ja, was meinst du? Du meinst, ich bin von der Schubkarre runtergehobt. So, unterirbische Grabeingang. Wo bist du jetzt? Ach, da hin? Ja, nicht so weit, weil ich, ähm... Ich bin 30 Meter weg davon irgendwie. So, jetzt bin ich hier. Ach, Strümpfchen. So. Warte. Quamme. Hilft jetzt auch nicht viel, aber... Doch, hier hilft's. Das Licht zeigt darüber. Was ist denn dieser Boden da? Licht, aber nur Sonnenlicht. Ah, eine Spelle! Bis ich die Waffe ausgewählt habe. Ja! Ja! Ja, da muss man entscheiden, jetzt Fackel oder Waffe. Ganz ehrlich spielen, was willst du denn jetzt? Ja, ja, ein bisschen... Oh Gott, das ist kaum wieder... Ein bisschen, ein bisschen hell ist, ja. Warte, Mitte, außen. Warte, die sind gleich. Oh, Mist, Mist, Mist. Oh nein! Na ja. Alter, Walter. Leben am Limit. Da geht's hoch. Warte mal, ich will erst mal reingucken, hier. Okay, cool, danke. Ich bin froh, dass ich reingeguckt habe. Ich geh andere Seite. Oh. Wow! Ich glaub, ich bringge Gegner mit, ich bringge Gegner mit! Wo ist der Strumpf? Strumpf ist verloren gegangen. Strumpf, wo bist du denn? Ja, da, wo wir waren. Nee, aber bist du nicht rechts und hoch gegangen? Ich dachte, du bist die andere Seite. Ich wollte links hoch, ich wollte gucken, was da ist. Eie, der Witzger. Oh, noch einer! Der Klappaut, der Mann. Schau mal, da ist doch nix dran an dem Knochen, man. Aber der hatte Salz! Okay, ich hab irgendwas Falsches ausgewählt. Bist du rechts hoch, oder? Ja, jetzt kannst du die andere Seite hoch gehen, ja. Danke, Strumpf. Und was ist jetzt hier? Nix. Oh, Achtung, Klappauter, Mann. Sachholz! Heiliges Sachholz! Ja, super. Was ist jetzt hier? Nischt, oder wie? Das war's jetzt, oder wat? Wollt ihr mich verarschen? Das ist jetzt... Das ist jetzt hier, oder wat? Das ist jetzt die Krypta, oder wat hier? Hallo? Wo ist mein Loot? Du willst mich verarschen. Also, da hinten liegt einer, aber ich werd doch jetzt nicht hier in das... in das Meersmannereien hupen. Was ist hier? Und das war... Also, warte mal. Hier ist nix, oder wie? Oder wat? Aber hier glitzert so. Ist hier irgendwas? Muss man hier was wegsprengen? Ich weiß nicht. Also, wir wollen... Ich werd mir jetzt hier nur mal im Loot gebracht, oder was? Aber die Dinger gehen doch nicht weg. Wir sollten noch irgendeinen ewigen Zauberer bekommen. Wo ist denn der ewige Zauber? Ich hab' keine Ahnung. Ich muss vielleicht ewig warten. Aber hier flüstert's. Hier ruft mich was. Da gehst du wieder zurück, da kommen wir her. Hier ist nix. Ach komm, ey. Aber ist voll für die Katz. Toll. Voll der tolle Unter... Also, ewig... Also, wirklich... Der... Der Zauber, der ist grandios, muss ich schon sagen. Also, puh. Aber er zeigt am Standort oben. Bei mir. Achso. Bin jetzt grad wieder raus. Das war ein unterirdischer Grabeingang. Wegpunkt erreicht. Ja, also, sehr schön. Ist ja nicht... Mensch, das hat sich voll gelohnt. Also, das war... Puh! Nice. Aber, Strumpf, wir sind auch over the time. Das war das Fragezeichen, oder? Ja, das war das Fragezeichen. Ist doch ein Witz. Ja, aber dann lass uns rüber zu Fliegen zu Niederauen, warte. Wir können auch hin teleportieren. Meine ich, meine ich ja schnell. Ach, nee, können wir nicht? Warum? Weil wir Miasma sind. Oh, nee! Also, dann müssen wir aber schnell, weil die Zeit... Is running. Ach, was für ein... Blöde Miasma! Warum ist das überhaupt hier? Ich weiß auch kein Mensch. Ich brauche auch kein Mensch. Mir sagen wir Miasma, ja. Also, das ist... Bist du noch da, Strümpfchen? Ja, ja, ich habe bloß keine Ausdauer, wirklich. Oh, nee! Du bist da reingebackt, du kleiner Popel. Mensch, Leute, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, uns mit euch zu beschäftigen. The time is running. It's running. Schau mal auf deine. Wie viel hast denn du noch? Weil ich habe ja ein kleines bisschen mehr. Ich habe zwei Minuten 41 noch. Ach, das ist mehr als ich. Okay. Ja, ich habe auch diese eine... Was hat denn der sich festgepackt, oder wie? Ja, was ist denn hier? Weiß ich nicht. Wo gehst du denn da jetzt schon wieder hin? Ah, ich wollte eigentlich da auch gar nicht rein, weil ich muss jetzt langsam hier raus aus dem Miasma. Komme ich nicht hier raus? Wo sind wir denn? Alter. Wo lang? Ich habe jetzt keine Zeit für euch, Leute. Das sind ja voll viele. Weg hier. Boah, da ist rotes Miasma. Ah, nee, das geht auch nicht. Oh, shit. Ja, ich sterbe jetzt dann gleich hier drin, ne? Hier lang? Ich will hier raus. Da ist wieder ein Berg, wenigstens. Aber unten rort... Oh, what das Miasma. Fuck. Können wir da drüber fliegen? Ah, da geht es drüber vielleicht, oder? Darf man das... Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe keine Ahnung. Ich... Oh! Was machst denn du? Bist im roten Miasma. Ich bin abgestürzt, habe auf irgendeine Taste gedrückt und habe jetzt hier auch noch irgendwas im Bild, ey. Habe jetzt irgendwas geöffnet. Ach Gott, Leute, ey. Das hat sich jetzt hier richtig gelohnt. Ihr seht es Gott sei Dank nicht, dass ich jetzt auch kein Fenster hier auch noch da habe und nicht drankomme. Oh Mann. Aber man kommt, wo wir jetzt gerade sind, da ist es gefühlt nur Miasma, gell? Ich renne auch wie ein Beklopter, aber ich komme hier nicht raus. Also. Warte, ich... Warte mal, vielleicht geht es da raus. Ich gehe auf jeden Fall immer weiter hoch. Dreh auch nicht mehr wiederkehren. Ach, komm, Leute, ey. Ah, da vorne ist grüne Wiese. Echt jetzt? Ja, ich bin draußen. Alter, Finne. Und das für eine Kacke. Jetzt. Gut. War eine tolle Folge. Ähm. Ja, wunderbar. Ja. Wir... Besonders jetzt mal eine ganz andere Situation. Wir sehen uns nicht, aber glaubt mir, wir werden uns nicht... Äh, wiederfinden. Aber wann wir uns finden, warum wir uns wiederfinden und wie toll es ist, beide sind wir einmal gestorben und können unsere Dinger nicht mehr holen. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge, ne? Und jetzt würde ich sagen, wie damals bei Löwenzahn, abschalten. Ne? Schlafen gehen, ist vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.